Willkommen zu einer weiteren eventuellen Qualitätsausgabe von der wöchentliche Rahmen heute am 18.05.2014. Es ist noch immer das Jahr 2014, falls ihr euch verlaufen solltet, das als kleiner Tipp nebenher. Es gibt wieder aktuelle Infos zum Kanal, zu allem Geschehen, was ich so im Internet treibe für euch, wegen euch und manchmal auch unter euch. Da möchte ich nicht genau drauf eingehen, es ist privat. Aber es gibt eine Neuigkeit, die ein wenig besonderer ist für diesen Kanal hier, wo ihr gerade denn seid, Rahmschnitz LP. Da gibt es das Level, was erreicht wird, was jetzt gerade erreicht wurde. Ich habe mal jetzt nachgeschaut die letzten Tage, wie viele Views ich eigentlich insgesamt überhaupt hier habe. Mit allen Videos zusammen, alle 2000 noch was Videos, die ich gerade habe. Und es sind tatsächlich gerade über 20 Millionen Views geworden. Das heißt, wenn man alles zusammengezählt hat, 20 Millionen, mal wurde sich irgendwelcher Unsinn von mir angeschaut. Das finde ich super, das ist eine Menge. Da hätte ich niemals mit gerechnet, dass das so viel werden wird. Damals, als ich angefangen habe, dachte ich, gucken halt so eine Handvoll Leute, dann war es das. Aber so viele, 20 Millionen Views, gut, das machen andere Leute innerhalb von einer Woche. Aber trotzdem, es ist eine Menge, wenn man sich das mal vorstellt. Die Frage ist allerdings, oder was ich mich da persönlich frage, jeder von euch, für wie viele Views seid ihr wohl ungefähr so verantwortlich? Ich habe mir gerade dunkler gemacht, aber es sieht auch nicht besser aus. So, für wie viele seid ihr davon verantwortlich? Vielleicht seid ihr gerade neu, so zwei, drei Views, habt irgendwo mal draufgeklickt versehentlich. Vielleicht seid ihr schon ein paar Monate mit dabei, so, keine Ahnung, 50 Views. Vielleicht seid ihr ein altes Urgestein, habt alles euch reingepfiffen, was es hier auf dem Kanal gibt. Wie gesagt, es sind mittlerweile über 2000 irgendwas Videos. Wie viele habt ihr angeschaut? Einfach mal hinschreiben in die Kommentare unten. Gerne bitte, würde mich sehr freuen. Und in Klammern auch gerne bitte dahinter schreiben, wie viele Videos ihr davon gut fandet. Ich hoffe mal, die zweite Zahl wird nicht unwesentlich kleiner als die erste sein, aber das dürft ihr euch gerne frei aussuchen. Es wäre komischer, wenn die zweite Zahl größer wäre als die erste. Es hilft auch nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall gerne reinschreiben, wie viele Videos ihr geschätzt, ne? Ich glaube nicht, dass ihr alle mitgezählt habt, geschätzt euch angeschaut habt. Oder welche Let's Plays ihr euch zum Beispiel vollständig angeschaut habt. Gerne reinschreiben, würde mich wirklich interessieren. Weil ich weiß ja nicht wirklich viel über euch. Ich kriege eure Kommentare mit, ich kriege hier und da mal so über Twitter und Facebook und sowas mit und im Twitch Chat. Aber eigentlich kenne ich euch nicht wirklich gut. Das ist manchmal echt ein bisschen schade, weil immer wenn man sich getroffen hat, war das immer ziemlich cool. Kommen wir sich gut unterhalten. Deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr denn alles schon so gesehen habt oder was euch meinetwegen auch am besten gefallen hat bisher. Auf jeden Fall sehr coole Sache. 20 Millionen Aufrufe. Nicht schlecht, muss ich sagen. Was auch nicht schlecht war, waren die Livestreams, wie diese Knaller-Überleitung gerade. Letzte Woche und zwar gab es Montag einen Livestream zu Wildstar. Haben wir uns die offene Beta angeschaut, haben uns da mal ein wenig umgeguckt in dem MMO. Sehr nett. Hatte allerdings irgendwann tierische FPS-Probleme das Spiel. Deswegen hat es nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil wenn man irgendwie mit, keine Ahnung, 10 bis 15 FPS nur durch die Gegend jückelt und dann irgendwie kämpfen soll, dynamisch und schnell und die Gegend genießen soll, ist es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich habe es noch mal privat ein bisschen später gespielt und da lief es dann besser. Auch jetzt nicht so der FPS-Knaller, aber lief doch besser und hat auch deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich ja sagen. Ist eine nette Sache, werde ich aber nicht auf Dauer spielen, weil ich keine Lust habe, da Kosten monatlich was für auszugeben. Aber war schon ganz nett. Der Stil gefällt mir durchaus. Donnerstag gab es einen Minecraft-Bustle-Stream. Da haben wir im Creative-Mode herumgezimmert und gebastelt an unserer Burg weitergebaut, wo es auch ein Video schon mal auf dem Kanal hier zu sehen gab. Von wegen Minecraft-Bustle-Stream-Projekt, irgendwie sowas heißt das, wo ich den letzten Stand gezeigt habe. Da haben wir weitergebaut. Und am Freitag gab es tatsächlich einen weiteren Stream, trotz nicht regelmäßiger Stream-Terminplanung zu Anno 2070 mit der Honeyball zusammen. War auch sehr cool, konnte man aus beiden Sichten zuschauen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten da die ganze Zeit. Ging auch vier Stunden lang fast. Und falls ihr die alle verpasst haben solltet, könnt ihr die auf dem Twitch-Kanal nochmal nachschauen. Da sind die alle gespeichert und abrufbar. Ansonsten wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, eventuell wird es nächsten Freitag noch einen weiteren Stream zu Anno 2070 geben mit der Honeyball zusammen. Dann wieder ab 20 Uhr. Ist noch nicht ganz sicher. Das heißt, falls es passieren wird, dann werdet ihr das noch mittels die üblichen Wege feststellen. Twitter, Facebook, Google Plus Video auf YouTube wird dann alles noch angekündigt. Ansonsten wird es Montag und Donnerstag auch die normalen Streams geben. Das heißt, die regelmäßigen Streams Montag. Dann habe ich mir überlegt, möchte ich mal Dark Souls 1 auspacken. Habe ich noch nie gespielt bisher. Habe mir das im Sale mal irgendwann zugelegt und möchte das jetzt tatsächlich mal durchspielen. Oder durchspielen nicht unbedingt, aber zumindest anspielen. Und ich hoffe mal, dass das gut klappen wird. Weil es soll nicht unbedingt einfach sein. Ich habe schon öfter mal, also ziemlich oft eigentlich dabei zugeschaut, wie andere gespielt haben, aber eben noch nicht selbst gemacht. Ich hoffe mal, dass Backseat Gaming im Chat wird sich dann auch in Grenzen halten, weil das soll ein sehr gutes Spiel sein, um Tipps zu geben und Sachen da vorzuschlagen, wie man die machen kann. Ich möchte versuchen, das alles möglichst selber herauszufinden. Das heißt, bitte dann im Chat ein wenig zurückhalten, ansonsten gibt es leider Hauer. Und ich bin sehr gespannt, wie weit ich da komme oder wie schnell ich da vorankomme. Soll ja ziemlich cool sein. Hat eine große Fan-Gemeinde. Ich möchte mir anschauen, warum das so ist. Das Spiel an sich, der Stil gefällt mir gut. Deswegen Montag ab 19 Uhr, Dark Souls 1. Auf Twitch.tv slash Rahmschnitzel. Alle wichtigen Links und Infos, Themen, Sachen, Zeiten, was auch immer, in der Videobeschreibung, die hoffentlich noch da unten ist. Falls sie nicht da unten ist, ist die irgendwo anders, falls YouTube sich spontan umentschieden hat. Auf jeden Fall reinschauen, da ist immer alles Wichtige drin, egal bei welchem Video. Puh. Donnerstag wird es auch einen Stream geben, ab 20 Uhr zu Banished. Und zwar das Dorf, was wir im Let's Play gebaut haben, jetzt in Staffel 2. Das möchte ich da ein wenig fortführen, weil die Staffel 2 läuft jetzt nicht so wirklich gut. Das ist nicht wirklich spannend, sag ich mal. Haben wir alles schon in Staffel 1 gesehen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen möchte ich das am Donnerstag einfach am Stück ein wenig länger spielen, damit die Stadt ein bisschen größer wird, man an so einen Punkt kommt, wo es wieder interessanter wird. Falls denn sowas passieren wird, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall so, dass die Stadt ein bisschen größer wird und ich weiß nicht, wie lange das Let's Play noch laufen wird. Heute kommt gerade mal keine Folge, weil ich nicht aufgenommen habe wieder, aber wird ab morgen dann wieder weitergehen. Und ich hoffe mal, dass es am Donnerstag dann ein wenig so fortgeführt, dass es wieder ein bisschen spannender wird. Falls ich das dann nicht einstellen sollte, dann kann es sehr gut sein, dass das Let's Play recht spontan zu Ende geht, da ich dann den Platz, den Slot quasi auf dem Kanal gerne für andere Spiele freigeben möchte, die ein wenig mehr Interesse bei euch erwecken und mehr geschaut werden. Ich habe ja immer nur eine begrenzte Möglichkeit, Videos reinzustellen, hochzuladen. Ich kann natürlich auch zehn Videos gleichzeitig hochladen, aber muss ich auch immer zehn Spiele gleichzeitig aufnehmen. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Deswegen ist es immer begrenzt und ich möchte halt schauen, gerade bei Spielen, die nicht durchzuspielen sind, wo es kein Ende gibt, da muss man dann irgendwann selber einen Schlussstrich ziehen und sagen, ja, hier komm, dann mache ich lieber ein anderes Projekt. Kann sehr gut sein, dass das recht fix passieren wird bei Banished. Wir schauen, wie es im Stream läuft und ansonsten gibt es halt ein anderes Projekt. Es gibt auch ein anderes Projekt noch, wer sich für Livestreams zu überhaupt null interessiert, hat die letzten acht bis neun Minuten überhaupt keinen Spaß gehabt an diesem Video. Vielleicht, vielleicht ja trotzdem. Auf jeden Fall, Let's Plays wird es neue geben. Es wird auf jeden Fall ein paar Videos zu Doom 1 und wahrscheinlich auch Doom 2 geben. Ich hatte ja bisher die ganzen Doom 3 Teile da, die Geschichten gemacht und habe jetzt festgestellt, dass ich seit langer Zeit, seit dem letzten Doom Teil eben keinen Shooter mehr auf dem Kanal gehabt habe. Und ich spiele ja immer gerne Shooter. Ich bin seit Jahrtausenden begeisterter Shooter Spieler und habe mir gedacht, warum nicht auch mal diesen Klassiker? Warum nicht mal ein Spiel, was schon über 20 Jahre alt ist, aber man immer noch gut spielen kann? Ich habe es jetzt mehrfach angetestet in letzter Zeit, mehrfach gespielt und hatte da echt meinen Spaß bei. Deswegen möchte ich das gerne in Videoform, in Let's Play Form für euch auch verpacken und im Idealfall durchspielen. Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich mache ich das schon. Wenn allerdings das Gemeckere zu groß ist, wo ich alles überall Secrets übersehen habe, wie schlecht ich spiele, was weiß ich was alles. Oder wenn es halt wirklich tierisch schlecht geschaut wird, dann weiß ich nicht, ob ich das komplett durchspielen werde und den zweiten Teil auch noch machen werde. Aber das können wir ja zusammen herausfinden. Ich habe die beiden Teile noch nie durchgespielt. Deswegen wäre auch das in dem Fall eine Premiere für mich persönlich. Deswegen, falls ich mich da blöd anstellen sollte, manchmal nicht allzu böse sein. Aber wir kriegen das schon gemeinsam hin. Das heißt, wahrscheinlich sogar ab morgen geht es dann los mit Doom 1. Ich bin sehr gespannt. Die ersten Level kenne ich schon. Auch wenn das schon jetzt wieder ein paar Wochen her ist, dass ich die gespielt habe, aber geht wohl. Ich bin nicht total komplett nubig in diesem Spiel. Behaupte ich. Wo die Secrets sind, keine Ahnung. Aber durchkommen schaffe ich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ich wurde gefragt, wie das mit den Tomb Raider Gold Editions aussieht. Das heißt, es gibt ja von den ersten Teilen von Tomb Raider noch Zusatzlevel, die in der Gold Edition drin sind. Das heißt, irgendwie noch 1, 2, 3 Level am Ende jeweils des Spiels, wo noch ein anderes Setting dann aufgefahren wird. Sagen wir mal so. Ich habe die Editions meistens nicht da. Ich habe die Level meistens nicht da. Ich weiß, dass man da viele sich auch von so runterladen kann, direkt frei aus dem Internet. Es sieht allerdings so aus, wenn ich bei einem Tomb Raider Teil schon 70, 80 Folgen nur zu diesem Teil gemacht habe, muss ich sagen, irgendwann reicht es für den Teil auch. Nehme ich lieber den nächsten Teil, dass es ein bisschen weiter geht, dass man auch die Reihe ein wenig fortsetzt und sich nicht allzu sehr lange an den einzelnen Teilen verbeißt. Das heißt, sind jetzt schon viel zu lange die Let's Plays, die Projekte dazu. 80 Folgen sind schon eine ordentliche Latte. Das muss nicht noch mehr werden. Deswegen möchte ich dann lieber sagen, aha, wenn wir mit dem dritten Teil durch sind, mache ich den vierten Teil. Die Bonus-Inhalte wird es wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht mal irgendwann in einem Livestream, aber sonst kann ich dann nichts versprechen. Als Let's Play wahrscheinlich nicht. Deswegen nicht traurig sein, falls ihr darauf gewartet, darauf gehofft habt. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen schauen wir uns lieber die anderen Tomb Raider Teile an, die noch ausstehen. Das heißt Teil 4 und Teil 5 wird es sehr wahrscheinlich noch geben als Let's Play. Mal gucken, wie denn so die Stimmung ist. Der dritte Teil ist ja bald durch. Wir sind im vorletzten Level jetzt angekommen. Wurde auch Zeit, muss ich sagen. Gerade London hat sich doch sehr lange hingezogen, aber an Arktis, muss ich sagen, gefällt mir wieder ziemlich gut. Also sehr coole Sache. Bin auf den Endbus gespannt. Mal gucken. Ja, ich glaube, das war's im Moment. Neue weitere Let's Plays kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, wahrscheinlich wird durch Banished dann wieder ein Platz frei, wenn es denn zu Ende gehen sollte. Ansonsten vielleicht kommen da spontan noch andere Sachen dazu. Ich weiß noch nicht, wie das mit Watch Dogs aussieht. Das kommt ja auch bald raus. Wenn ich dann einen Key für bekomme, dann wird es da auf jeden Fall auch Videos zu geben. Dann wird es ein Let's Play zu geben. Wahrscheinlich wird das jeder dritte große Kanal auch machen und jeder zweite kleine Kanal auch. Aber ich möchte es auch gerne machen. Ich habe lange kein aktuelles, modernes Spiel mehr gemacht auf dem Kanal hier. Deswegen, mir gefällt das Prinzip auch ziemlich cool hinter dem Spiel. Bin ich sehr gespannt, ob das, was uns da versprochen wurde oder wo in den Trailern immer heiß drauf gemacht wurde, ob das auch eingehalten wird. Bin ich sehr gespannt. Wahrscheinlich, wenn ich dann einen Key zu bekomme, wird es auf jeden Fall ein Let's Play geben zum Release. Und ja, bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nie erwähnt, dass ich gespannt bin, glaube ich. Wie dem auch sei, das war es für den Moment beim wöchentlichen Rahmen. Schon wieder viel zu lang geworden, viel erzählt, viel gesabbelt. Denkt an die Kommentare, wie viele Videos ihr ungefähr schon gesehen habt von mir und auch welches vielleicht euer Lieblingsprojekt bisher war. Deswegen fleißig reinschreiben. Ansonsten denkt an die Streams. Alle Zeiten und Links und Themen stehen wie immer da unten drin. Und es kann auch gut sein, dass zwischendurch immer mal spontane Streams kommen. Die werden dann allerdings nicht unbedingt als Videoform angekündigt, sondern nur per Twitter, Facebook, Google Plus. Und die Twitch-Follower kriegen das dann ja sowieso per Mail mit. Das heißt, falls ihr da immer schauen wollt, könnt ihr einfach dem Kanal folgen. Und natürlich auch, wenn ihr mich da unterstützen wollt, gerne subscriben. Monatlich irgendwie 4,99 Dollar mir in den Rachen werfen. Weil das ist eine ziemlich coole Sache. Unterstützt ziemlich. Hilft mir sehr. Hilft auch der Qualität des Streams sehr und der Regelmäßigkeit. Und ist eine coole Sache. Haben schon einige Leute gemacht. Und vielen Dank an der Stelle nochmal an alle, die es bisher gemacht haben. Und ich hoffe, vielleicht werden es noch ein paar mehr. Tja. Ich gucke auf meinen Zettel, der auf dem Bildschirm digital angezeigt wird. Es ist ein Digitalzettel. Man nennt es auch Notepad. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim wöchentlichen Rahmen um Sonntag am 16 Uhr. Tschö. Es wäre echt viel zu lang. Viertelstunde? Finde ich nicht gut. Muss kürzer werden. Eine Sache vergessen. Der Basti, der Knasti, der da kickst, ist gerade beim Minecraft zu Gast. Und zwar zeigen Sie Plaid von der Kvist. Schreibt uns for gryz. cleaner oder infine,.. �